Ihr Lieben, ja, da bin ich wieder, zurück aus San Francisco, genau genommen Silicon Valley. Und das war eine Woche, eine sehr aufregende Woche. Es gibt ja Professor Jörg Knoblauch, ein ganz lieber Kollege noch dazu, einen, den ich vor Jahren schon mehrfach beraten durfte, veranstalte diese Reisen nach China, nach Israel, nach Singapur und, und das war schon lange ein Traum von mir, eben auch mal in Silicon Valley, um all diese Firmen anzugucken, ein Riesenprogramm, das es da logischerweise gab. Und ich habe mir vorgenommen, euch mitzunehmen, so im Review und mit euch das so zu teilen, einerseits die Inhalte der Reise zu teilen und natürlich auch so das, was ich da lernen und erfahren durfte, weil das schon relativ speziell war. Noch dazu, gibt es nicht dieses, wie heißt dieses Lied? Da muss ich mein Team direkt fragen. It's never rains in Southern California. Oh, mein Team ist so jung, es ist immer das Gleiche. Also, es gibt ein Lied, das Rentner noch kennen, mein jugendliches Team nicht kennt und dieses Lied heißt sinngemäß, ich kann nicht singen, ich habe zu Hause Singverbot. Das Lied heißt, it's never raining in Southern California oder sowas. Dieses Lied ist eine Lüge. Ja, es hat die ganze Woche so viel von geregnet und ich habe eine ganze Regenjacke aufgebraucht, dass ich die heute nicht mehr habe, das wäre ein extra Podcast wert. So, also, wir sind tatsächlich nach San Francisco geflogen. Ich habe viel Schlimmes über diese Stadt gehört. Es hat sich gebessert, aber nicht sehr viel. Es ist viel Leerstand dort, es ist viel Drama dort. Und wenn du dir einen Mietwagen nimmst, dann gibt es mittlerweile eine extra Line bei der Rückgabe der Mietwagen. Also, bei uns gibt es ja diese Lines, was du dich auch wisst und siehst und wie sie alle heißen. Die gibt es dort auch, aber die Hauptline heißt Damaged Cars, also eingebrochene Autos, weil Autos in der Regel aufgebrochen werden, wenn du eins hast in San Francisco. Fand ich schon auch ziemlich spannend. Darum fahren ja die meisten auch nicht Auto. Die ganzen Firmen haben ja Busse. Also, es gibt den, was ich, den Google Bus und den LinkedIn Bus und wie sie alle heißen. Und in dem Moment, wo du als Mitarbeiter diesen Bus betrittst, beginnt auch deine Arbeitszeit, weil die Busreise geht manchmal zwei Stunden in dein Office. Deswegen fährt auch keiner mehr ins Office, by the way. Die sind mit Arbeitstischen und WLAN ausgestattet, dass du dort eben gleich dabei sein kannst. Also, kurzum. Wir sind erst mal essen gegangen, haben uns selbst vorgestellt. Die Gruppe fand ich spannend. Es waren drei ehemalige Auftraggeber von mir dabei. Es waren Goldi dabei. Und ich glaube, 90 Prozent aller Teilnehmerinnen hatten mindestens ein Buch von mir gelesen. Fand ich ja schon mal ganz nett. Und danach hatten wir die erste Keynote. Das war eine Veranstaltung. Sorry, ich kenne ja Veranstaltungen. Da gehst du in die Clubs. Da gehst du tanzen. Da gibt es, I don't know, Wodka in Großflaschen. Denn hier gab es nur Content. So, und ein Essen ohne ein Vortrag war irgendwie ein Essen ohne Kalorien. Das heißt, es gab ständig Vorträge und Co. Und der erste Vortrag zum ersten Abendessen war von Mario Herger, ehemaliger SAP-Mensch, der sich jetzt, und das war so sein Lieblingsding, tatsächlich mit autonomen Fahren beschäftigt. So, das heißt, und das ist in San Francisco vollkommen üblich und auch vollkommen unspektakulär, dort gibt es selbstfahrende Taxis. Das heißt, wirklich Taxis, wo der Fahrersitz nicht mit irgendeinem Fahrer besetzt ist, der aufpasst, sondern der Fahrersitz ist leer. Du steigst da rein, hast ein Display vorn dran und dann fährt dich eben dieses Auto dahin, wo immer du hingefahren werden willst. Vollkommen easy und vollkommen normal. Und wir durften alle, zumindest mit ein bisschen Wartezeit, auch Taxi fahren. So, und dann hat mich Herr Knoblauch gleich gebeten, weil er am nächsten Tag keine Zeit hatte, den nächsten Tag oder den ersten offiziellen Tag zu eröffnen. Das fand ich ziemlich spannend, denn wir waren tatsächlich beim deutschen Generalkonsul, das war Oliver Schramm. Und so durfte ich also dann in dem Generalkonsulat oder in der Außenstelle des Generalkonsulats diesen Konsul begrüßen. Der hat ein paar schöne Geschichten erzählt, ja, wie so die Politik ist, wie die Welt aussieht und natürlich uns auch ein bisschen über die Unterschiede von Deutschland und Amerika aufgeklärt. Danach fand ich auch eine schöne Geste, zumindest habe ich es so als Geste empfunden. Wir waren dann ukrainisch essen, um auch da nochmal ein Zeichen zu setzen. Dann haben wir getroffen den ARD-Korrespondenten Markus Schuller, der eben tatsächlich, und das finde ich schon ganz spannend, das waren großartige Menschen, der war immerhin auch der Gewinner des Grimme Online Awards und der macht eben sehr viel über Tech und Co. Und ihr könnt euch vorstellen, was der Hauptpunkt logischerweise war. Wir haben über künstliche Intelligenz gesprochen. Also ChatGPT ist in aller Munde in den USA, wahrscheinlich nicht nur da. Ich halte es fast für müßig, euch zu erzählen, dass man mit ChatGPT Texte schreiben kann. Selbst wir haben unsere letzten beiden Newsletter unter anderem mit Hilfe von ChatGPT geschrieben. Aber das waren die kleinen Dinge. Wir haben zum Beispiel ein Begrüßungsgedicht bekommen für uns, für unsere Gruppe, geschrieben von ChatGPT. Wir haben die besten Reise- oder Touristiktipps für San Francisco bekommen, geschrieben von ChatGPT. Also textmäßig kann dieses Programm, naja, ich würde jetzt euphorisch schon sagen, nahezu alles. Aber das waren eigentlich die langweiligen Dinge. Wir haben mit DAL-E, das ist ebenfalls von Open AI, eine Artificial Intelligence, uns Bilder kreieren lassen, Logos kreieren lassen. Du kannst ja heute Filme kreieren lassen. Wir haben einen wunderschönen Film gesehen, wo Barack Obama und Angela Merkel gemeinsam, ja, ich möchte fast sagen, als romantisches Paar Zeiten verbringen, am Pool sitzen, romantische Dinner haben, im Badeanzug am Strand rumlaufen. Keine Sorge, der Film war nicht echt. Das war alles künstliche Intelligenz. Aber du hast schon dreimal hinschauen müssen, um festzustellen, dass das gar nicht in echt war, sondern ein Laie hätte sofort geglaubt, dass das ein echter Film von den beiden als Liebespaar war. Na, und dann ging es schon weiter. Wir waren dann bei WeWork, das ist ja auch so eine Coworking Station, haben uns das angeguckt, wieder einen Vortrag gehalten, natürlich auch mal wieder über künstliche Intelligenz und sind dann endlich zum Essen gegangen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Curascaria, das war ein gutes Essen. Das sind diese brasilianischen Steakhäuser. Die haben also, die haben ja große Spieße, hängen dann an einem Spieß, was weiß ich, nur Wurst, an dem anderen nur Schwein, am dritten nur Rind, am vierten nur irgendwas dran, grillen diese Spieße und dann gehen die von Tisch zu Tisch und dann kannst du eben von diesen Spießen was runterschneiden lassen. Da haben wir logischerweise ganz viel über Disruption gelernt. Und eine der Hauptaussagen, die ich lernen durfte, war, wir stellen die falschen Fragen. Wir stellen meistens die falschen Fragen und weil wir die falschen Fragen stellen, kriegen wir logischerweise auch nicht die richtigen Antworten. Meistens stellen wir also Fragen wie, wie finde ich die richtigen Kunden und so weiter. Die Frage, die uns unser Disruptor sagen durfte, lautete, du musst bessere Fragen finden, indem du Fragen stellst, die keiner stellt und vor allen Dingen deren Antwort man nicht kennt. Das Ganze wurde dann logischerweise nochmal sehr, sehr deutlich bestätigt, nachdem wir einen ganzen Tag über Disruption gesprochen haben und am Schluss dann tatsächlich zur Berkeley University gefahren sind. By the way, wir waren sowohl bei Berkeley als auch bei Stanford. Das sind Universitäten, da trifft dich der Schlag. Also einerseits diese unendliche Schönheit. Ich habe ja selbst eine kürze Zeit in Amerika schon studiert, an zwei Hochschulen, unter anderem in Chicago. Und ich war damals schon unheimlich überrascht. Also immer, wenn ich in Deutschland einen Vortrag halte, an einer Hochschule, Universität oder wo auch immer, kommt meistens der Dekan und entschuldigt sich noch dafür, dass gerade eine Baulücke ist, dass gerade irgendwo Wasser reinrennt, dass gerade ein Dach undicht ist oder was auch immer. Das erlebst du in einer amerikanischen Universität in der Regel nicht. Da erlebst du genau das Gegenteil. Da stehen Antiquitäten rum, da steht das Beste vom Besten rum. Deswegen haben auch solche Hochschulen in der Regel ein Stiftungsvermögen von 40 oder mehr Milliarden Dollar. Also das ist ein Reichtum, wie du ihn sonst nicht siehst. Übrigens, Stanford ist die Hochschule, die die meisten Milliardäre überhaupt hervorbringt als Hochschule. Und es gibt, und das ist keine Legende, sondern wirklich die Erzählung eines Professors, der manche Firmen unterstützt hat. Also ich habe dann gesagt, komm, ich helfe dir ein bisschen mit deiner Firmenidee und da gibst du mir halt ein halbes Prozent oder ein Prozent von deiner Firma und dafür unterstütze ich dich ein wenig. Weil, das durfte ich so lernen, die Kombi zwischen Professur und Student viel enger ist, weil die ja wirklich auch was miteinander bewirken wollen. Und da gibt es tatsächlich einen Professor, der lehrt als Professor und hat sein typisches Salär. Was auch immer ein Professor in San Francisco verdient, das weiß ich nicht. Aber er hat ein Privatvermögen von 8 Milliarden Dollar, weil er eben manchem Studenten geholfen hat und die sich an der Firma beteiligt haben und so weiter und so weiter. Ein großartiger Student, äh, ein großartiger Professor war Gregory LeBlanc. Er hat einen ganz sensationellen Vortrag gehalten, der wirklich großartig war in Berkeley, wo es tatsächlich darum geht, Schnittstellen neu zu definieren. Schönes Beispiel. Es geht um die Individualisierung. Schau mal, Apples iPhone ist deswegen so enorm erfolgreich geworden, weil es ja nicht ein iPhone war, sondern weil es ja in Wirklichkeit Milliarden von verschiedenen Möglichkeiten von iPhones gäbe, weil wir ein App-System haben und es kann sich eben jeder sein eigenes iPhone zusammenbauen, wenn du so willst. In Wirklichkeit haben wir ja eine Telefon-Selbstbaukasten, so könnte man ihn nennen. Das ist übrigens einer der weiteren Trends von Silicon Valley, die Individualisierung. Da arbeitet zum Beispiel Netflix gerade ganz stark dran, dass du, und ich finde das total spannend, also wenn wir alle einen Trailer angucken von dem Film, dann ist, obwohl es um den gleichen Film geht, der Trailer in Zukunft für jeden anders. Das heißt, wenn du eher der romantische Typ bist, dann wird der Trailer aus den romantischen Szenen des Filmes zusammengestellt. Wenn du dagegen eher der Action-Typ bist, dann wird vom gleichen Film der Trailer eher actionreich zusammengestellt, um dich logischerweise zu motivieren, eben diesen Film dann anzugucken. Also das war Berkeley. Am nächsten Tag waren wir im Institute for the Future und haben uns ein bisschen erzählen lassen, wie tatsächlich die Zukunft funktioniert. Und wir sind da sehr, sehr stark nochmal auf künstliche Intelligenz eingegangen. Denn das Spannende an der künstlichen Intelligenz ist ja jetzt nicht die Intelligenz des Gerätes, sondern die Intelligenz des Bedieners. Das heißt, wenn du in der Lage bist, der Intelligenz gute Befehle zu geben, dann wird diese Intelligenz gute Dinge ausschütten. Wenn du schlechte Befehle gibst, werden logischerweise schlechte Ergebnisse herauskommen. Befehle heißen in dem Fall die Prompts. Und deswegen gibt es ein ganz neues Geschäftsfeld oder Betätigungsfeld oder nennen wir es Arbeitsfeld des Prompt Engineers. Also der ist eigentlich gut in der Lage, jetzt Prompts zu geben. Denn umso besser dein Befehl, umso besser das Ergebnis. Und wir haben in San Francisco die erste Stellenausschreibung eines Prompt Engineers gesehen. Stellenausschreibung fand ich spannend. War, by the way, aus Deutschland von der Ippen Gruppe. Ich weiß nicht, ob ihr Dr. Ippen kennt. Und unter anderem gehört der Münchner Merkur eine Zeitung dazu, das Ganze voranzubringen. Dann sind wir zu LinkedIn gefahren. Die kennt ihr, glaube ich, alle. LinkedIn ist in meinen Augen das weltweit einzige Business-Netzwerk, das es wirklich geschafft hat. Und dazu vielleicht vorweg eine Geschichte. Wir waren in ganz San Francisco unterwegs. Wir waren, da gibt es einen neuen Turm, der Salesforce Tower. Ein riesen Turm, also ein Monster. Und du wirst es nicht glauben, San Francisco war ausgestorben und tot. Wir haben das ein bisschen hochgerechnet. Der Turm war zu 85 bis 90 Prozent leer. Da war nichts drin. Obwohl, das war ein normaler Arbeitstag. Die Menschen gehen nicht mehr arbeiten. Die haben sich so sehr an dieses Homeoffice gewöhnt, dass die alle gar nicht mehr in die Firma fahren. Es gibt so ein paar Pflichtarbeitstage, aber Montag kommen sie eh schon nicht mehr. Freitag kommen sie nicht mehr. Eigentlich war San Francisco eine Geisterstadt. Fand ich nahezu erschreckend. Hätte ich mir so dramatisch nicht vorgestellt. Weil, wenn du ja so an Mindset denkst, dann denkst du da eigentlich auch, dass es da zugeht wie verrückt und hin und her. Aber dem war überhaupt nicht der Fall. Einzige Ausnahme, LinkedIn. LinkedIn hat in dieser Zeit neu gebaut. Und tatsächlich wahnsinnig geile Büros. Verdammt nochmal, die hätte ich auch gern. Das sieht alles aus wie ein Wohnzimmer. Also die haben nur Wohnzimmer zusammengestellt, weil die eben gesagt haben, Mensch, wir müssen tausend Dinge machen, damit wir Menschen überhaupt wieder motivieren, tatsächlich zu uns zu kommen. Das war spannend und da habe ich wirklich gemerkt, dass die Amis extrem auf LinkedIn setzen. Man hat sich mit allem gleich ausgetauscht und so weiter und so fort. Dann waren wir nochmal in einem Coworking-Space, wo es auch nochmal darum ging, so ein bisschen Dynamik reinzubringen. Wie wird investiert? Wie kriegen die Menschen Geld zusammen? Und da ist mir eins klar geworden. Im Silicon Valley denken die Menschen nicht darüber nach, wie du eine Million kriegst oder wie du 5 oder 10 Prozent besser wirst. Beides interessiert die nicht. Die wollen nur Geschäftsmodelle haben, die sie ultra skalieren können. Also typische Aussage Faktor 10. Habe ich irgendeine Idee, die 10 Mal besser ist als das, was bisher da ist? Aber wenn du jetzt zu einer Idee kommst wie, hey, ich habe eine Idee, wie du dein Business um 10 Prozent beschleunigen kannst, das interessiert die überhaupt nicht. Deswegen wollen die auch alle eigentlich nur eins werden, nämlich ein Einhorn. Einhorn ist die Bezeichnung für ein Startup, das die ja die Grenze der Milliarde im Sinne der Kapitalisierung geknackt hat. Und daran arbeiten die alle. Und ich habe das immer geglaubt, dass das so ein bisschen Legende ist. Aber es ist wirklich so. Das ist denen auch vollkommen egal, ob du pleite gegangen bist, ob du nochmal pleite gegangen bist, ob du dreimal pleite gegangen bist. Die wollen auch dreimal pleite gehen, weil sie dieses Mittelmaß nicht haben wollen. Die wollen keine Firma haben, die irgendwie läuft. Die streben alle diese Milliarde oder zumindest vergleichbar. Und denen ist es anscheinend lieber, lieber dreimal pleite zu gehen. Aber in dieser Pleite so viel zu lernen, dass du dann eben doch irgendwann nochmal dein Unicorn, dein Einhorn tatsächlich hinkriegst. Also ein Wahnsinn, diese Denke. Deswegen sprechen die Amis auch ständig vom German Oversinking. Ich meine, es ist wirklich herrlich. Es ist so herrlich. Wir waren ja eine deutsche Gruppe. Und du hast an der Fragestellung unserer Gruppe gemerkt, dass wir aus Deutschland sind. Beispiel. Wir waren dann bei einem, so einem Mini-Robot, also so Fahrroboterhersteller. Das sind also so Robotautos, wo du deine Pizza eben liefern lassen kannst oder dein Rewe-Einkauf geschickt bekommst oder was auch immer. Und welche Fragen hatten wir als Gruppe? Wie geht das mit dem Straßenverkehr? Wie geht das mit der Zulassung? Wie geht das mit dem Unfall? Wie geht das mit der Versicherung? Und daran haben sie gesagt, klar, ihr seid aus Deutschland. Muss man gar nicht mehr erwähnen, dass ihr aus Deutschland kommt. Weil interessant, oder eine typische Frage von uns war immer, wie ist das eigentlich mit dem Datenschutz? Und all dieses Zeug hat die, und da haben die auch rotzfreig gesagt, interessiert uns überhaupt nicht. Was soll das Ganze? Und by the way, dieser Roboterhersteller ist weltweit erfolgreich, nur in Deutschland am allerwenigsten. Warum? Weil die zulassen müssen, weil die versichern müssen, weil die in Deutschland ein Kennzeichen tragen müssen. Und dieses Roboterauto fährt exakt neun Stundenkilometer weltweit. Nur in Deutschland darf es nur sechs Stundenkilometer fahren. Da muss auch sechs Stundenkilometer draufstehen. Und ich habe mich am Schluss wirklich selbst über uns selber lustig gemacht, weil wir waren so. Wir sind so. Und das war auch so ein Punkt dieser Oberperfektion. Das war so ein schönes Beispiel, dass wir hatten, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Peloton-Bikes. Das ist so ein Bike, kannst du da kaufen, relativ erfolgreich. Und das Hauptteil an dem Bike ist eigentlich der Bildschirm. Weil in dem Bildschirm hast du dann immer wieder neue Trainer und neue Motivation und neue Landschaft und ich weiß nicht was. Und eine Botschaft war tatsächlich, das Rad ist fertig. Jo, ist halt ein Rad, wo du auch strampeln kannst. aber der Bildschirm ist noch lange nicht fertig, weil er ständig verbessert und verbessert und verbessert wird. Und drum, das war mein Hauptspruch, den ich mitgenommen habe, always beta. Also ihr wisst, wenn ein Produkt noch nicht fertig ist, dann nennen wir das die sogenannte Beta-Version. Und wenn es dann irgendwann mal fertig ist, dann ist es eben eine Non-Beta-Version. Und die sagen, wir sind immer Beta. Wir sind immer Beta, weil wir nie, nie, nie fertig sind. Und wir wissen ja alle, aus Deutschland, wir sagen ja immer, wenn ich es mache, dann mache ich es wirklich gut oder perfekt oder richtig und die meisten machen es deswegen logischerweise nie. Die Amis würden sowas nie sagen. Die Amis würden nie sagen, ich mache das perfekt. Die Amis sagen, Time to Market, hau rein, gib Vollgas und dann schauen wir, dass es eben besser wird. Und deswegen glaube ich ja, oder ich bin davon überzeugt, denn wir erleben das ja auch, dass es nur deswegen auch so wahnsinnig gut funktioniert, einfach immer dran zu bleiben. Und die sind so Beta, bei LinkedIn zum Beispiel, fand ich auch nicht, bei LinkedIn gibt es Mitarbeiter, die heißen Workspace Ambassador. Der Laden ist so groß, dass selbst der Mann, der uns durch den Laden geführt hatte, nicht wusste, wo der Meetingraum ist, obwohl es sein Meetingraum war. Und dann hast du wirklich Workspace Ambassadors, die stehen dann eigentlich nur rum und warten darauf, bis jemand hilflos irgendwo rumsteht und sagt, Hilfe, wo bin ich, was kann ich machen? Und dann bringen die dich halt dann dahin, wo du eigentlich hin willst, um in dieser wahnsinnig wilden Zeit tatsächlich zurechtzukommen. Und da merkst du auch, dass die sowieso anders drauf sind. Es gibt ja momentan eine riesen Entlassungswelle in Silicon Valley. Ich glaube, weit über 50.000 Mitarbeiter wurden entlassen. Selbst bei Google wurden Menschen entlassen. Übrigens Google, 270.000 Mitarbeiter. Ich stelle mir dann die Frage, was machen die da eigentlich? Also für mich als Laie ist halt eine Webseite, die steht schon, der Rechner dahinter steht auch schon. Sorry, ich rede jetzt im Blödsinn, aber da denkst du dir mal, da müssten ja eigentlich zehn Leute reichen, damit sie die Webseite pflegen. Aber 270.000. Also, jetzt ist eine riesen Entlassungswelle in San Francisco und wahrscheinlich würden die alle, oder wir würden, die Zeitungen würden sich überschlagen mit, hey, Drama und schrecklich und überhaupt oder auch momentan die Pleite der Silicon Valley Bank. Die sehen das vollkommen anders. Die sagen, Silicon Valley Bank, okay, war einfach blöd, die haben falsch angelegt, aber Geld war ja da, damit war die Geschichte durch. Und diese riesen Entlassungen feiern die Leute wie blöd. Warum? Weil die sagen, jetzt kommt wieder Kreativität ins Valley. Erstens mal kriegen jetzt ganz, ganz viele Firmen, die keine Mitarbeiter bekommen haben, weil die immer alle nur zu Google oder Facebook gegangen sind, endlich wieder neue Mitarbeiter. Und die sagen ganz klar, wenn 10.000 gekündigt werden, dann gibt es 8.000, die wieder woanders hingehen und 2.000 sagen, ich habe die Schnauze voll, ich mache einen eigenen Laden auf, ich mache eine eigene Tech-Company auf und die haben plötzlich wieder Riesenwachstum und Co. Also die feiern das so sehr, dass 50.000 Menschen auf der Straße stehen, wobei die ja eben nicht auf der Straße stehen und damit plötzlich die Welt wieder ganz, ganz neu ins Rollen bringen. Also ein großes Kino und das ist auch das, was uns versucht wurde beizubringen, eben dieses Mindset, wobei ich nachher überzeugt davon bin, du kannst Mindset eigentlich nicht erzählen, du musst Mindset logischerweise irgendwie auch miterleben. Das haben wir dann auch getan, wir waren dann und im Programm steht ein Satz so schön drin, also wir sind in eine Mega-Church gegangen, jetzt müsst ihr wissen, was ist Mega-Church, die Amerikaner haben Kirchen, ich glaube die größte Kirche hat, ich weiß nicht, 60.000 oder 70.000 Plätze, also das sind Stadien, da kannst du dir vorstellen, die brauchen sonntags allein wahrscheinlich 200 Verkehrsanweiser und ein Parkhilfe, wenn nicht noch mehr, um überhaupt das Ding zum Laufen zu bringen. Und wir waren in einer Mega-Church und im Reiseprogramm steht drin, man hat Amerika nicht verstanden, wenn man keine der Mega-Churches erlebt hat. Unser Mega-Churchelchen, muss man dazu sagen, war ziemlich klein, denn es waren nur 7.000 Plätze drin und es war der Mid-Week-Service, also keine Sonntagsmesse und darum war auch die Kirche, ich glaube nur mit 10% gefüllt, vielleicht 700, 800 Leute drin, aber selbst da spannend, 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 spannend und es gab nur eine einzige PowerPoint-Folie, die ganzen 40 Minuten und das waren Dollarscheine, weil es um das Geld ging, weil es um das Geben von Geld ging und das machen die ja so schlau, denn die leben ja von den Spenden und wenn die 40 Minuten predigt, nur über Geld geben geht, 40 Minuten lang du nur Dollarscheine siehst, danach machst du deinen Geldbeutel auf und gibst logischerweise alles, was du hast. Haben wir auch getan. Ich habe tatsächlich meinen ganzen Geldbeutel geöffnet und man gibt das ja in Gutscheinen ab allein auf dem Gutschein steht, auf dem, nicht Gutschein, auf dem Umschlag ab und auf dem Umschlag steht schon so schön fett drauf, blessed to bless, also gesegnet zu sein, dass man segnen darf, gesegnet zu sein, dass man geben darf und wir haben danach, das haben wir extra für unsere Gruppe organisiert gehabt, tatsächlich ein, das war an die Kirche angeschlossen, ein Armenverteilzentrum und das haben wir also mit angeguckt, wo, glaube ich, am Tag 2200 Bedürftige mit Sachspenden ausgestattet werden. Auch, ich meine, man muss sich daran gewöhnen, um diese Dimensionen zu verstehen, diese Menschen kommen mit dem Auto gefahren, das ist also ein Autospendeverteilzentrum, wie so ein Drive-Thru, ich glaube, du fährst da rein und dann, wir haben die Spendenverteilung, wir haben nur die Organisation gesehen, da war gerade keine Spendenverteilung, es war schon in der Nacht, aber da fährst du im Auto vor, kriegst deine Spende ins Autofenster reingelegt und fährst wieder weiter. Bei uns würde man ja sagen, wenn du ein Auto hast, bist du nicht arm, aber das ist dort tatsächlich was anderes und angeblich sind tatsächlich eins von drei Kindern gefährdet, eben an Kinderarmut oder an Hunger tatsächlich zu leiden im Silicon Valley. Na ja, und so waren wir dann am nächsten Tag wieder unterwegs, waren logischerweise bei der HP-Garage, wo alles anfing, diese Garage ist übrigens Weltkulturerbe geworden von der UNESCO, weil es eben, ja, es ist nur eine Garage, aber eben der Begriff des Silicon Valley und waren dann eben noch bei vielen anderen Dingen, mal wieder beim Essen logischerweise und dann tatsächlich eben auch wieder bei einem anderen Roboterunternehmen, die Restaurants und Co. tatsächlich beliefern. Na ja, und kurzum, wir kommen so langsam schon zum Ende der Reise, wir waren natürlich auch bei Apple, ein Wahnsinns-Campus, den du nur von außen sehen darfst, ich habe nichts in meinem Leben gesehen, wahrscheinlich außer vielleicht das weiße Haus oder so, aber nichts ist mehr abgesichert als Apple, du kommst da überhaupt nicht rein, gar keine, du kommst nicht mal in die Nähe rein, also du siehst mehr Zaun als andere und selbst die Apple-Mitarbeiter sagen, dass die Räume dunkel sind, dass es keine Fenster oft zu den anderen Räumen gibt, dass die Teams zusammenarbeiten dürfen, aber ein Team mit dem anderen Team noch nicht mal sprechen darf und jeder Mitarbeiter unterschreiben muss, dass er sowieso überhaupt mit gar niemandem darüber redet, was dort passiert, also dort gibt es kein angeblich, kein Wohnzimmer, kein Miteinander, sondern höchste, höchste, höchste Geheimhandlung. Ich war vom Visitor Center ehrlich gesagt total enttäuscht, weil ich gedacht habe, wenn du zu Apple fährst, dann sind da vielleicht schon, keine Ahnung, 10.000 Äpfel aufgebaut und es gibt Apfelkuchen oder irgendeine Inszenierung von Apple. Es gab dort Produkte, ich wollte meiner Familie Kopfhörer schenken, die waren ausverkauft, die konnte ich dort nicht kaufen, habe sie dann bei Amazon bestellt und das Kaffee bei Apple war eines der langweiligsten Kaffees überhaupt, hätte ich so nicht gedacht, aber so war es. Dann sind wir noch zu einer Schule gefahren, meine Fresse, ich habe am Sonntag meiner Tochter Maja sofort den Schulprospekt gegeben, habe gesagt, Maja, falls du da jemals hin willst, ich mache alles, Schüler, die Experimente machen, Campus, sowas noch nie gesehen und am Schluss hat man noch ein Keynote von Matthias Hohensee, er ist der US-Korrespondent der Wirtschaftswoche und hat auch das Büro der Wirtschaftswoche Ende. Und dann waren wir und das war mein absoluter Höhepunkt, tatsächlich bei Plug and Play, das war die Perversion, und zwar, das war ganz, wir waren vor Ort dort, aber was dort geschah, war online und zwar können Menschen dort um Investorengelder bitten und zwar machen die das via Zoom und viele kennen vielleicht von uns, wie wir einen Slam durchführen, also bei uns geht ein Slam vier Minuten und du darfst in vier Minuten eben deine Botschaft erzählen, logischerweise. Dort geht die Bitte um ein Investment drei Minuten und sowas von zackig, wie ich es noch nie erlebt habe. Also, du bist bei Zoom und nach zwei Minuten fünfzig so ungefähr sagt eine Stimme, your time is left, one last sentence und dann darfst du noch einen Satz sagen, sowas wie, thank you, thank you, next place und dann kommt der Nächste dran. Drei Minuten und wenn du am Anfang sagst, can you hear me, can you see me, is everything alright, dann kannst du das sehr wohl machen, aber kostet schon wieder eben deine sieben, acht Sekunden. Die haben drei Minuten Zeit, um Geld zu bitten und jetzt habt ihr, glaube ich, mitgekriegt, die bitten dort nicht um hunderttausend Euro. Die Bittgebote waren, glaube ich, das kleinste, war irgendwie eine halbe Million, was total wenig war, das größte war zehn Millionen. Die meisten lagen so bei zwei, drei Millionen. Und ich finde es immer so nett, bei uns beim Slam sagen manchmal Menschen, hey, ich kann doch in vier Minuten meine Botschaft nicht rüberbringen, vier Minuten ist so kurz. Hallo, die haben drei Minuten Zeit, um ihre Botschaft rüberzubringen, um ihr Geschäftsmodell zu erklären und um lächerliche zwei Millionen zu bitten und das in drei Millionen. Es war, es war, es war grandios. Grandios. Na ja, dann haben wir noch im Computermuseum, da habe ich ein paar Dinge eingekauft und dann sind wir noch zu Google gefahren. Google hat, glaube ich, 200 Gebäude, 270.000 Mitarbeiter, habe ich schon gesagt und auch Prajita Jain war unsere Google-Expertin seit 19 Jahren bei Google, ist jetzt direkt unter dem Google-Gründer im Büro oder im Bürohaus und die hat uns natürlich erzählt, wie Google funktioniert, fand ich total spannend, denn sie sagt, alles, was alle Gerüchte, die es über Google gibt, also die positiven, sind alle wahr, es gibt den Google-Kindergarten, es gibt den Google-Zahnarzt, es gibt den Google-Massage, es gibt alles, was du dir noch wünschst, gibt es bei Google, aber es ist nicht kostenlos und auch selbst beim Kindergarten gibt es Wartezeiten, ein paar hat sich wohl schon bei der Verlobung um den Kindergartenplatz bemüht, finde ich auch schon ziemlich spannend, die Zukunft so vorherzusehen und so haben die tatsächlich ein bisschen von Google erzählt und Prajita war dann tatsächlich auch die, die uns dann eben per KI ein Gedicht hat vorgelesen. Also, das war so die Reise, sie war hochspannend, wie gesagt, es gibt noch mehrere, Singapur, China, Israel, in China bin ich gerade am überlegen, ob ich da nicht im November noch mit dazu fahre, ich verlinke logischerweise auch nochmal die Links oder noch besser, wenn ihr Interesse habt an den Reisen, leiten, jetzt soll ich doch direkt weiter, info at hermanscherer.com dann schickt wir euch gerne mal was zu, das ist schon richtig spannend und ich würde ganz gern schließen mit einem Satz, den ich mehrfach gehört habe und ich finde, der passt irgendwie ganz gut, denn das war wirklich das Spannende, all diese Menschen, die wir da erlebt haben, auch so Menschen, die gerade mal wieder irgendwo neue 10 Millionen gekriegt haben, das waren alles irgendwelche Nerds, also wenn du die auf der Straße siehst, dann war da nicht viel Unterschied, da war überhaupt kein Unterschied zum Durchschnittsbürger und manchmal sind die dahergekommen, man hätte auch sagen können, ist es jetzt eigentlich ein Bettler oder ist es gerade ein Tech-Unternehmer und darum gibt es einen Spruch, den ganz, ganz viele gesagt haben, sei freundlich, denn der Idiot, mit dem du heute redest, könnte morgen möglicherweise Milliardär und dein Chef sein. Also insofern, denkt groß und das war Silicon Valley in Kurzform eine Woche in 33 Minuten.